Moin Leute, willkommen im Buland. Ich habe Post bekommen und zwar habe ich hier einen Google Chromecast mit Google TV und den habe ich mir jetzt gerade zugelegt und der soll Anwendung finden bei unserem Philips TV, der oben im Erdgeschoss ist, weil da einfach das Android TV, das da drauf ist, einfach im Zusammenspiel mit dem Philips TV einfach nicht gescheit funktioniert, da geht schon nicht das WLAN verloren und sowas und ja, ich erhoffe mir dadurch dieses Problem zu beseitigen und den schauen wir uns jetzt heute mal aus der Nähe an. Kostfaktor so um die 70 Euro, gibt es ab und zu mal ein paar Angebote, aber ich habe den jetzt gerade für 70 Euro gekauft, abzüglich irgendwelchen Super Bowl Rabatten. Gucken wir uns vielleicht kurz noch den Inhalt an, wie gesagt, das ist ein Chromecast, eine Fernbedienung ist dabei und wir haben die üblichen Verdächtigen wie YouTube, Netflix, Prime und der sind ja bloß hier könnte ich eigentlich schon aufhören, Weipu benutze ich noch und der Rest ist mir eigentlich schnuppern. So, hey Google, also inklusive natürlich dem Google Assistant, der wird hier auch wieder drauf sein, einfach anschließen und verbinden, das wird wahrscheinlich einfach per HDMI angeschlossen, Stromversorgung und Rappenkutis. Ja, ich packe nochmal aus, hier sehen wir noch 4K, HDR und HD, Bluetooth und WLAN. Ich hatte ja in der Vergangenheit auch schon einen Google Chromecast und einen Google Chromecast Ultra und jetzt bin ich natürlich entsprechend gespannt. So geht's auch. Also das haben wir hier, Chromecast und Fernbedienung. So, jetzt ist hier nichts mehr drin. Also, das hier ist der Chromecast in der Form, ist jetzt natürlich nicht ganz so klein und kompakt wie so ein Fire TV Stick oder sowas oder ein Mi Stick, hat aber natürlich den Vorteil, dass man ein bisschen flexibler ist mit dem Anschluss hier. Es gibt ja manche Fernseher, die sind hinten ein bisschen eng. Das sieht hier auf jeden Fall nach einem USB-C Anschluss aus, was schon mal ganz schön ist. Kein Micro-USB-Kabel. Und wir haben noch einen ganz normalen HDMI-Anschluss, also auch kein irgendwie Micro-HDMI oder wie das auch immer die Dinger heißen. Was haben wir denn sonst noch? Und, Wetten dürfen abgeschlossen werden, da haben wir eine Netflix-Taste drauf, weil da ist nur eine YouTube-Taste drauf. Wer hat am meisten bezahlt? Also, wir haben die Fernbedienung, das Steuerrad inklusive Taste, das sieht nach der Google Assistant-Taste aus, Home, Mute-Taste, Netflix und YouTube haben wir hier. Dann haben wir noch die An- und Aus-Taste und das ist vermutlich die Source-Taste, um am Fernseher zu switchen auf eine andere Quelle. Das ist zurück. Okay, hier an der Seite sind auch noch zwei Tasten, das ist eigentlich vor und zurück. Und, was sagt das Batteriefach, ist leer, benötigt zwei AAA-Batterien. Okay. Was haben wir sonst noch? Oh, ein Netzteil. Netzteile sind in der heutigen Zeit ja eher Seltenheit. Hier ist ein Los-Gehts-Guide, den wir natürlich nicht lesen werden. Dann haben wir hier noch ein USB-A auf USB-C-Kabel. Okay, das wird dann einfach voraussichtlich für die Stromversorgung benutzt. Ich habe aber hier unter dem Tisch nochmal so einen NK-USB-Ladeport mit Power-Delivery. Mal sehen, ob das ausreichend sein wird. Und hier haben wir noch ein Netzteil, das ist ganz schön fest. Kinder-Sicherungen, oder was? Ich kann schon wieder placken bei sowas. Also, hier ist noch ein Netzteil. Das ist kein USB-C auf USB-C-Netzteil, wie man es von dem Pixel kennt oder sowas. USB-A auf USB-C. Okay, kann man es lesen? Kann ich jetzt partout nicht lesen, weil das so leicht ist. Aber es sollte ausreichend Strom bringen. Und ich vermute mal auch, dass der Google Chrome da jetzt nicht irgendwie mehr als 10 Watt schlucken wird oder sowas. Also, das sollte vermutlich auch mit allen anderen Geräten laufen. Jetzt haben wir ansonsten noch den Hinweis. Das Ding ist, made in Thailand. Interessant. Also, die Google Chromecasts mit Google TV werden in Thailand hergestellt. Also, wie gesagt. Das brauchen wir hier. Mehr brauchen wir erstmal nicht. Und was ich jetzt tun werde, ich werde jetzt mal ein bisschen die Perspektive ändern, weil ich habe jetzt hier noch einen Monitor. Da schließe ich das Ding jetzt einfach mal an, samt Strom. Und dann gucken wir uns mal den Einrichtungsprozess an. Bis gleich. So, da sind wir jetzt auch schon wieder. Den Google Chromecast habe ich gerade angeschmissen. Der leuchtet hier unten auch. Ich schiebe mal die Kamera mal ein bisschen näher ran. Genau. Also, Google Chromecasts hängt dran. Habe ich jetzt einfach mit einem USB-C Ladekabel aufgeladen. Und, ja, wir gucken mal, was uns jetzt erwartet. Fernbedienung wird gleich erkannt. Okay, Deutsch. So, die Google Home App benötigen wir. Also, ich zeige euch jetzt aber nicht, was auf der Google Home App ist. Ich mache eigentlich einfach nur weiter, 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 weiter. So, und jetzt sind wir in der Google Home App. Und dann gibt es hier oben Chromecasts einrichten. Da drücken wir nämlich drauf. So, nach Gerät wird gesucht. Chromecasts wurde gefunden. So, QR-Code scannen. Ja, bei Benutzung der App zu erlauben. So. So, der QR-Code wurde gescannt. Wird verbunden. So, Folge der Anleitung auf der Google Home App steht hier drauf. So, da kann man das, wie man es bei Google Home halt kennt, noch einrichten, wo dieses Gerät steht oder sowas. Das ist dann nachher im Wohnzimmer. Okay. Das wird dann interessant sein, wenn man das halt irgendwie steuern möchte über seinen Google Assistant und so Sachen. Dann muss man prinzipiell noch einmal das WLAN eingeben. So, dann muss man sich dann mit seinem Google-Konto noch anmelden. So, und sobald man angemeldet ist, dann startet das Gerät einmal neu. Und dann sollten wir vermutlich mit der Einrichtung, was Google TV angeht, auch schon fertig sein. Der Chromecast ist jetzt gestartet. Jetzt sehen wir die Google TV Oberfläche. Und man steuert das ganz normal einfach über den Drehkreis hier oben. Über die Home-Taste springt man immer wieder an den Anfang zurück. Das hier oben ist dann gedrückt, die Taste für den Google Assistant. Und damit geht man einfach einen Schritt zurück. Was entscheidend ist, ist, dass man die Fernbedienung eingestellt hat. Da geht man in die Einstellungen. Dann haben wir hier unten den Punkt irgendwann Fernbedienung und Zubehör. Und hier kann man die Fernbedienung einrichten. Und das ist dafür interessant, ob man quasi die Chromecast-Lautstärke benutzt. Dann kann man über die Taste hier muten und unmuten. Und auch über den Google Assistant entsprechend die Lautstärke einstellen. Oder man macht das automatisch über HDMI CEC. Dann läuft es dann quasi über die Fernbedienung sozusagen ganz normal über den Fernseher. Dann haben wir das gleiche auch noch für die Ein- und Aus-Taste. Und für die Taste Eingangsquelle. Aber ich habe das jetzt so eingestellt, dass ich quasi den Chromecast starte. Und dann geht auch der Fernseher an. Also das ist so, wie ich das sonst auch mal mache. Ansonsten, was wichtig ist, hier unter Display, erweiterte Display-Einstellungen, könnt ihr hier auch noch die Auflösung einstellen. Also wenn ihr einen 4K-Fernseher habt, solltet ihr das manuell einstellen. Wenn ihr nur einen Full-HD-Fernseher habt, solltet ihr das hier auch einstellen. Weil manchmal hat das Ding ein bisschen Probleme, wenn es darum geht, die passende Auflösung zu finden. So, und ansonsten, ich gehe jetzt nochmal auf den Startbildschirm zurück. Ihr habt ja hier eure Apps. Und da sind mehrere vorinstalliert. Und ihr könnt natürlich auch diverse nachinstallieren, als was im Google Play Store ist. Und wenn ihr da irgendwas entfernen wollt, dann müsst ihr einfach lange draufdrücken. Und dann kommt diese Ansicht. Verschieben, Öffnen oder Details ansehen. Da kann man auf Details einsehen gehen. Und hier könnte man theoretisch die App einfach deinstallieren. So, und ansonsten, ihr seht, hier gibt es alle möglichen Vorschläge. Ihr könnt einstellen, von welchen Apps die Vorschläge gemacht werden sollen. Ob das jetzt nur Netflix-Vorschläge sein sollen und so weiter oder vor. Und dann haben wir ja noch YouTube-empfohlene Videos und so weiter. Und ja, also im Prinzip, wenn ihr die Apps einmal gestartet habt, dann müsst ihr euch einloggen. Bei Netflix zum Beispiel oder bei Prime, dann geht das automatisch über Smart Lock, wenn ihr Google Passwords benutzt. Bei anderen müsst ihr das noch per Hand machen. Und ja, ihr habt natürlich die Mediathek, wenn ihr irgendwas über den Google Store mal gekauft habt, an Videos oder Serien oder sonst was. Und hier unter Apps könnt ihr natürlich dann einfach noch weitere Apps installieren. Also wie gesagt, alles was im Google Play Store ist, könnt ihr hier prinzipiell auch installieren. Das ist im Prinzip das gleiche, was man auch bei Android TV hat. Ja, und ansonsten, ich muss sagen, die Performance ist eigentlich sehr gut. Hier an der Seite kann man dann noch lauter und leiser machen. Das sieht man ja jetzt hier. Oder auch nicht. Ist ein bisschen zu hell. Auf jeden Fall, das ist die Lautstärkenregelung. Hier kann man noch muten. Macht alles einen sehr guten Eindruck. Und damit wäre ich jetzt auch erstmal fertig. Wenn ihr Fragen zum Thema Google Chromecast mit Google TV habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, 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 ciao.